Gute Nacht. Ja, Gute Nacht. Schlaf schön. Hey, was machst du denn da? Was meinst du? Ich meine natürlich, dass du hier die ganzen Lichter anmachst. So kann doch keiner schlafen. Ach, da wo ich herkomme, machen das alle so. Aha, und wo ist das? Das ist in der Nähe von dem Hohen, wo auch die mit den... Ich komm jetzt nicht drauf. Total egal, wo man herkommt, doch man ist da. Macht ja nix. Und bei uns werden die Lichter ausgemacht. Schlaf schön. Du hast Angst im Dunkeln, oder? Ja? Also... Verstehe. Hahaha, da gibt's überhaupt nichts zu verstehen. Also ist totaler Unsinn, was die glauben. Na ja, aber auch Große können ja Angst im Dunkeln haben. Ha! Angst im Dunkeln? So ein Unsinn. So. Äh... Äh... Das ist... Das ist... Weil... Das ist nur weil... Du erkältest dich noch. Oh! Nee, das muss so. Das ist doch sonst so dunkel da drin. Ja. Äh... Ja, ja. Und dann hat der Käsekuchen Angst. Hm. Aha. Verstehe. Das ist aber nett von dir. Hä? Na, dass du hier frierst, um dich um den Käsekuchen zu kümmern. Der zittert ja richtig. Äh... Der... Der zittert? Ja. Genau. Du armer Käsekuchen. Du armer. Dann kannst du aber wirklich froh sein, kleiner Käsekuchen. Dass das große Tier sich um dich kümmert. Und falls der Kuchen Angst bekommen sollte vor dem Schatten da, dann kannst du ihm ja erklären, dass das nur der Baumschatten im Wind ist. Hm. Natürlich. Haha. So. Ja. Allerdings... Gute Nacht. Schlaf schön. Du auch. Ach. Du musst doch nicht zittern. Das ist doch der Baumschatten von der Laterne im... Was? Nein, das kann man nicht machen. Du meinst... Aber ich kann doch nicht... Hm. Was zum... Sag mal, du kannst doch nicht einfach die Laterne verbiegen. Ich will doch einfach nur schlafen. Hey! Komm rein! Ist alles wieder gut! Guck mal! Hä? Ich hab den Schatten vertrieben. Oh! 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 Jetzt hast du aber keine Angst mehr, kleiner Käsekuchen. So. Jetzt ist doch mal gut. Jetzt wird geschlafen. Das sind ja... Weh! Du kannst doch jetzt nicht... Weh! Du kannst doch jetzt nicht... Bis zum nächsten Mal.